Brick-Tastisch geht es weiter, ich wollte jetzt eben die neue Map der Woche, Apple Brick von Daniel 2.9.11 spielen, doch irgendwie kann die niemand runterladen, ich glaube, ich weiß nicht woran das liegt, hier steht dran, nur die neueste Version, so als ob er, ja, hier 4 von 6, 5 von 6 und 6 von 6, ja, das wird der Fehler sein, heieiei, lieber Daniel 2.9.11, ich weiß, du wirst das nicht sehen, aber auch an alle Leute, wenn man eine Karte neu abspeichert, das sind immer neue Versionen, das heißt, das hier ist die neue Version von Apple Brick und Wild Trace die neueste und man kann immer nur die neueste runterladen, das heißt, das ist die Map der Woche, also im Prinzip nicht, weil der hat sie ja gelöscht und neu gebaut, aber diese Map ist jetzt kaputt, sozusagen, die kann man nicht mehr neu runterladen, glaube ich, das ist ganz uncool, da müsste man eben einen neuen Kartenslot beginnen oder so, Oha, ich, ja, sehr schade für dich, ich hätte sie gerne gezockt, na egal, danke auch an den Clan, der mir hier gesagt hat, ja, das geht nicht, ich dachte schon, ich mache irgendwas falsch, Ja, was nehme ich dann, ich war jetzt fix in der Annahme, dass ich hier die Map der Woche spiele, ich nehme Battletown von Mago LP, so, genau, das ist eine sehr kleine Map, also 5 gegen 5 mache ich mal, es gibt auch unten einen Underground, Es ist noch ein bisschen früh, das heißt, ich hoffe, dass der Raum überhaupt voll wird, ich kann in der Zwischenzeit mal mich ausrüsten und zwar werde ich heute, ich nehme mal die, die X-Armbrust, hatte ich erst einmal und habe ich mir ja extra zugelegt, was habe ich hier so, Jo, Radar, könnte ich lassen, 777, Moment, da muss ich mal neu kaufen, hier, Aktionsleiste, Herzschlag, Radar, ja, die Technik, die Technik, die Technik, da werde ich auch heute drüber reden, weil, oh mein Gott, ich meine, jetzt bin ich wieder happy, aber, so, der Endboss ist da, Der Endboss von Brickforce, jetzt haben wir einen Endboss im Clan, okay, ich starte einfach mal und die Schlacht wird gleich beginnen, ja, wird schon passen, so, genau, am Anfang muss man nur aufpassen, manche spawnen draußen, sowohl die Gegner als auch man selbst, so, aber einfach, es gibt hier viele Häuser in der Battletown und vor allem, momentan ist sowieso nur einer da, und zwar hier drin, ich mache mal die Gläser ein bisschen weg, so, genau, obwohl, wenn ich Nachlade nicht mit habe, sollte ich nicht so freizügig oder großzügig mit der Muni umgehen, also, worum geht es, ich nehme ja jetzt wieder mal ein bisschen nebenbei, so mit Facecam auf, mit Webcam, So, und hatte ich bei einem neuen Spiel, wo ist der hin, wo ist der hin, bei einem, bei einem neuen Spiel habe ich zwei Aufnahmesessions gemacht, so, einmal die erste, einmal die zweite, logischerweise, und dann war aber die Sache, in der allerersten Folge passt alles von der ersten Aufnahmesession und in der kompletten zweiten Aufnahmesession passt auch alles, nur, wenn, in der, genau, Moment, die Folge 2, 3 und 4, da war die Webcam asynchron und ich, ich bin einfach nicht dahinter gekommen, woran das liegt, woran das liegen kann, warum das so ist, so, und habe ewig danach gesucht und alles, also, am Anfang ist es synchron und dann, Minute 2, wird es ein bisschen asynchron, sprich, ich rede, aber der Ton kommt erst später und das, ich kann das auch nicht verschieben, denn, ab Minute 4 ist es dann noch asynchroner, ab Minute 6 dann immer und immer mehr und ganz am Ende spreche ich dann eine Sekunde verzogen oder zeitverzögert, sozusagen, so, und ich, ich suche so, ich suche so und finde, Moment, hier war ich schon mal, da gibt es nicht wirklich was zu holen, ich suche und suche und finde aber nur Leute, die dieselbe Frage haben und kaum jemand antwortet, ja, und das hat mich die letzten Stunden gestern Abend echt fertig gemacht, weil, ja, keine Ahnung, dachte ich mir, was, diese ganzen Videos, dann unnötig oder wie, so, und, genau, nur die Fragen gefunden und dann, wie die Leute antworten, ja, du musst doch, du musst deine gesamte PC-Ausstattung hier schreiben und hast du die neuesten Treiber, dies, das und so weiter und so fort, jedenfalls, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, am Anfang habe ich auf Deutsch gesucht und da findet man dann meistens einfach die Frage, dann antwortet jemand mit einer Lösung und dann kommt nie wieder was, dann sieht man keine Antwort mehr von niemandem, nicht hat es funktioniert oder ja oder nein oder das war das Problem, so, und dann in den, in den englischen Foren schon eher, das sind ganz lange Diskussionen und wenn es funktioniert hat bei Leuten, die kommen selbst nach drei Wochen noch wieder ins Forum und posten dann die Antwort, das heißt, ich suche sowieso generell fast nur noch in Englisch, wenn ich so ein Problem habe und, genau, ich habe dann die Lösung gefunden und habe mich dort sofort angemeldet und irgendwie eine Lobeshymne, vielen Dank, vielen Dank, weil das war eben nur einer, der die richtige Lösung für mich genau hatte und ich war schon, oha, ich war schon so verzweifelt, wusste einfach nicht weiter und die Lösung war dann im Endeffekt, also es ist so, bei einer Webcam oder überall gibt es Frames per Second, so, sagen wir mal, meine Webcam hat 30, aber der nimmt nicht immer die 30 auf, sondern variabel, wenn es jetzt zu ruckeln beginnt, sagen wir mal, würde man normalerweise in Brickforce, würde dann einfach, sage ich mal, 10 Frames, also Bilder pro Sekunde, würden dann mit dem gleichen Bild befüllt werden, so, wenn es jetzt bei einer Webcam irgendwie durch die Festplatte oder so mal ruckelt und ein Frame ausfällt, oh, schöne Stelle, so, dann, dann füllt er das aber nicht mit den gleichen Frames, sondern er lässt die Frames aus, das heißt, eine Sekunde hätte dann mal statt 30 Frames 29 und wenn das häufiger vorkommt und das summiert sich, kann es sein, dass einfach mal, oha, ich bin ein Assist-Meister schon wieder, kann es sein, dass einfach mal ein Video am Ende eine Sekunde verzögert ist, eben weil, weil das ein Programm anders interpretiert, so, und ich musste dann die Datei im Endeffekt umwandeln von MP4 auf MOV, da hat das dann geklappt in Premiere und so eine simple Lösung und einer hat das geschrieben und, genau, ich habe mich so richtig bedankt dafür, aber, wie gesagt, diese, ich hasse das, da hat man manchmal, das kam jetzt schon länger nicht mehr vor, weil mein Setup, das steht schon und da tut sich im Prinzip nichts mehr, aber, da hat man ein Problem und sucht dann, stundenlang sucht man nach einer Lösung, aber Stunde um Stunde um Stunde und ich hasse das, das, da, es passiert einfach nichts, das ist sowas von verschwendete Zeit und genau aus dem Grund, also, da finde ich, das ist so wichtig, wenn man dann eine Lösung auch findet, dass man sich in dem Forum oder wo auch immer meldet, vor allem, wenn man der war, der die Frage gestellt hat, dass man sich da meldet und schreibt, woran es dann lag oder dass man sich zumindest bedankt oder keine Ahnung was, weil, so, jetzt muss er nachladen, das Problem ist, sorry, ich hatte keine Muni, mehr, ich wollte kein 1 gegen 1 Nahkampfduell, aber die Map kann nicht so krass laggen, weil die ist nicht so groß, finde ich, so, genau, ich werde auch, wenn ich dann später noch Zeit habe, werde ich ein paar andere Foren besuchen, wo ich eben die Frage ohne Lösung gelesen habe und mich dort anmelden und die Lösung schreiben, weil es ist so dermaßen frustrierend, wenn man schon so nah an der Lösung dran ist, weil man sieht, Leute, die schreiben und die haben einfach, komm, 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 die haben einfach ganz genau das gleiche Problem, aber keine Lösung und dann ist die Sache, ich bin mir sicher, irgendjemand findet dann die Lösung, nur die wenigsten denken dann dran, die auch in einem Forum zu schreiben, hei, 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 oh man, ich war so richtig, ich war so richtig schlecht drauf, irgendwie, das versaut einem den ganzen Tag und vor allem den ganzen Abend, ich bin da bis Mitternacht und noch länger gesessen, sowas wurmt mich einfach, das ist unfassbar, wenn die Technik nicht funktioniert aus so simplen Gründen, keine Ahnung, also was, was ich schon so in meiner gesamten Zeit hier mit den Videos und alles drum und dran für, so, hier geht's runter, genau, da spawnt man manchmal in dem Brunnen, sowas ich da schon für technische Probleme hatte, wo man stundenlang sucht und dann im Endeffekt war die Lösung doch so simpel, naja, 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 okay, jetzt ist man schlauer und genau, warum, Kickwalls, steht hier irgendwas im Chat, keine Ahnung, oh, warte, ich rette dich, nein, ich rette dich doch nicht, ich rette dich doch nicht, ich muss hier runter, Achtung, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, oder kommt der nicht, der kommt doch, und wieder eines ist, Mann, es gibt Runden da, da bin ich nicht mehr so, krass, der ist da, aber manchmal dann doch, so, hier ein bisschen warten, nein, da kommt, da kommt einfach keiner vorbei in dem Portal, Moment, ich frage mal, warum, Kickwalls, wow, Alter, sorry, ich bin hier immer, wegen dem Mikro muss ich mich verrenken, ja, für mich, Kickwalls, juhu, ich dachte schon, was, ein Video ohne Kickwall gegen Schilling, das muss ein Fehler sein, die Wahl hat entschieden, Schilling darf bleiben, juhu, so ist es fein, so ist es fein, so muss es sein, oh, jetzt kommen hier zwei, dann, mache ich mich mal, vom Acker, hm, jetzt wäre es peinlich, wenn von hinten jemand mit der Nahkampfwaffe kommt, das wäre sehr peinlich für mich, den Camper ganz einfach weggenatzt, schreibt niemand, ich habe nicht mal, die Frage war nicht wegen mir, sondern wegen dem anderen, damit Kill oder so, wie hieß der, keine Ahnung, so, ich gehe da mal weg, irgendwie, irgendjemand hat Konder oder so, man geht zu schnell down hier, und muss die Gegner aus dem Hinterhalt besiegen, nö, schreibt niemand, keine Ahnung, das war einfach nur so, aber vor allem, was ich interessant finde, es haben ja vier Leute zugestimmt oder so, und dann ohne Grund, obwohl nicht mal jemand den Grund wusste, oder geschrieben hat, keine Ahnung, keine Ahnung, hier, 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 der läuft einfach an mir vorbei, der hat mich nicht gesehen, der hat mich nicht gesehen, kann ich das denn verstehen, oh, ich bekomme Besuch, aua, ich bekomme, ey, ich bin schon tot, du musst nicht auf meine Leiche einschlagen, ich habe 17 Assists, 17 Assists, da wird sogar meine Stimme so hoch, wie von Peach, oder so, ich weiß gar nicht, wie hoch die Stimme von Peach ist, oh, yes, so, hm, darf ich auch mal einen, so, der hat wieder 5 HP, jetzt kommt jemand und staubt ihn schön geschmeidig ab, komm, wo bist du, wo ist der hin, der war da noch hier mit ganz wenig Leben, nein, nicht du, auf einen Sniper habe ich jetzt keine Lust, so, letzter Kill, wenigstens noch, oha, oha, 12,18, haltet ihn zurück, haltet den Schilling zurück, 18 Assists, so, aber die Karte werde ich bewerten, nicht, wieso ist Melden oben, ich, jedes Mal, zum Glück kann ich lesen, so, hm, sehr schöne Karte, mit vielen Zufluchtsorten, also, durch diese ganzen Gebäude ist das ganz nett, weil man kann immer überall irgendwo hineinlaufen, so, so, genau, yo, keine Ahnung, warum die Map der Woche nicht funktioniert, ich kann es nicht sagen, aber, das war eben das Ersatzprogramm, und, ich hoffe, dass ich jetzt wieder mal ein halbes Jahr lang keine solche Computerprobleme habe, also, also, das war ja, das war ein, egal, ich will gar nicht mehr davon anfangen, es ist gelöst, und, wenn jemand auch so ein Problem hat, und die Lösung findet, dann sollte man sich schon im Forum wieder melden, und dann sagen, danke, und das war das Problem, für jeden, der noch irgendwann dieses Problem haben sollte, genau, und dann geht es einfach, brrrr, riktastisch, beim nächsten Mal weiter, Geht in Deckung, Geht in Deckung, Geht in Deckung,